Das Schlafapnoe-Syndrom ist eine häufige Erkrankung. Man kennt keine genauen Zahlen, man schätzt aber, dass ca. 10% der Erwachsenenbevölkerung betroffen ist. Die Schlafapnoe ist eine Erkrankung der oberen Atemwege. Zwischen dem Kehlkopf und der Nase bestehen die oberen Atemwege nur aus einem Muskelschlauch. Und beim Schlafapnoe-Syndrom ist es so, dass die Atemwege während des Nachtschlafes so stark erschlaffen, dass der Atemweg vollständig zusammenklappt. Der Patient bekommt dann keine Luft mehr, der Körper merkt das nach einer gewissen Zeit und weckt den Patienten kurz auf. Das merken die Patienten nicht, das sind wenige Sekunden und in dieser Zeit wird geatmet, meistens begleitet von heftigem Schnarchen. Dann schläft man wieder ein und hat die nächste Atempause. Wenn man mehr als fünf Atempausen pro Stunde hat, spricht man von einem Schlafapnoe-Syndrom. Und die Phänomene, die die Patienten selber bemerken, Schnarchen und fremdbeobachtete Atempausen vom Bettnachbarn, die dann dazu Anlass geben sollten, wirklich zum Arzt zu gehen. Die ausgeprägte Tagesschläfrigkeit, die Patienten schlafen bei der Frühstückspause ein. Es gibt Patienten, die an der Ampel, wenn sie halten müssen, einschlafen und dann erst vom Hupen, vom Hintermann wieder geweckt werden. Das sind typische Symptome eines schweren Schlafapnoe-Syndroms. Jedes schwere Schlafapnoe-Syndrom ist mal mit einem leichten Schlafapnoe-Syndrom losgegangen. Es gab erst eine Atempause und dann hat sich das in der Zeit langsam gesteigert und deswegen merken viele Patienten gar nicht, dass sie wirklich krank sind, sondern für die ist das normal, dass man müde ist. Aber die Schlafapnoe hat natürlich auch Auswirkungen auf den Körper. Man kann sich, denke ich mal, auch als Nicht-Arzt gut vorstellen, wenn die Sauerstoffsättigung permanent absinkt und permanent diese Wegräze gesetzt werden, dass das Auswirkungen auf den Organismus hat. Es gibt Organe im Körper, wie zum Beispiel das Herz oder die Nieren oder auch das Gehirn, die auf eine permanente gute Sauerstoffsättigung angewiesen sind. Wenn die Sauerstoffsättigung während der Nacht permanent unter 80 Prozent absinkt, dann altern die Organe sehr schnell. Die Blutgefäße altern sehr schnell und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie hoher Blutdruck, Herzinfarkte, Schlaganfälle sind bei Patienten mit einer Schlafapnoe überdurchschnittlich häufig und mit einer optimal behandelten Schlafapnoe kann man die Risikokonstellation für innere Erkrankungen normalisieren. Auch bei Patienten, die bereits eine Erkrankung haben, wie zum Beispiel ein Diabetes mellitus oder eine andere Herzerkrankung oder eine chronische Nierenerkrankung, können durch die Therapie des Schlafapnoe-Syndroms das Risiko von Folgeschäden der Erkrankung und auch eine Verschlechterung der Erkrankung verhindern. Deswegen gibt es die unbedingte Empfehlung für alle Patienten, die ein Schlafapnoe-Syndrom haben und vor allem die ein Schlafapnoe-Syndrom haben und eine weitere internistische Erkrankung, das Schlafapnoe-Syndrom zu therapieren, um das Risiko zu minimieren. Das gibt mittlerweile eigentlich für jeden Patienten eine geeignete Therapie, um die Schlafapnoe gut zu behandeln. Die klassische Schlafapnoe, die wir hier im Schlaflabor behandeln, die beginnt so im 40. Lebensjahr und steigert sich in der Häufigkeit in der Bevölkerung dann einfach mit zunehmendem Alter. Männer sind ein bisschen häufiger betroffen als Frauen. Das Schlafapnoe-Syndrom ist im Prinzip eine angeborene Erkrankung. Also was ich damit sagen möchte ist, man hat entweder ein Schlafapnoe-Syndrom oder man hat es nicht. Es gibt keine richtig bekannte Ursache. Es gibt aber einzelne Faktoren, die das Schlafapnoe-Syndrom deutlich verstärken. Der häufigste Verstärkungsfaktor ist Alkohol. Zudem ist auch bekannt, dass Raucher auch eine stärkere Ausprägung des Schlafapnoe-Syndroms haben. Das im Tabakrauch enthaltene Nikotin ist ein Nervengift und lähmt auch die Nerven, die die Muskulatur ansteuern sollen. Deswegen haben Raucher einfach eine schwerere Schlafapnoe. Zudem ist auch bekannt, dass Patienten mit Übergewicht die Schlafapnoe in einem stärkeren Maße ausgeprägt haben. Das Übergewicht ist keine Ursache des Schlafapnoe-Syndroms, aber verstärkt das Schlafapnoe-Syndrom. Das liegt daran, dass auch im Hals Fett eingelagert wird. Und je mehr Fett sich im Körper verteilt, desto mehr ist auch im Hals eingelagert. Und wenn die Halsmuskulatur erschlafft und zusätzliches Gewicht drauf drückt, kann man sich gut vorstellen, dass da einfach der Atemweg eher zusammenfällt. Deswegen ist auch eine Gewichtsreduktion eine wichtige Basismaßnahme in jeder Ausprägung des Schlafapnoe-Syndroms. Wer ein leichtes Schlafapnoe-Syndrom und Übergewicht hat, kann durch eine Gewichtsreduktion gut schon die Therapie des Schlafapnoe-Syndroms mit einer Maschine oder mit einem anderen Gerät weit hinaus zögern.